Harry sagt guten Tag. Heute am 21. Oktober 2018. Wir haben 27 Grad. Es ist 13.30 Uhr. Wir haben ganz leichten Wind. Wir haben keine Wellen und fast nur Sonne. Einatmen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So, und mit diesen Bildern verabschieden wir uns dann wieder für heute und sagen bis morgen, hasta mañana. Untertitelung des ZDF, 2020